Gerhard Kerspamer, was sind die Ziele für ein Sunshine Race in Nals? Ja, heute bin ich gut gestartet in der Saison. Ich habe schon zwei Reine gewonnen. Deswegen bin ich im Verhältnis ganz gut in Form in Nals. Und ich habe gesagt, ich würde gerne mal gewinnen in der Saison, weil es für mich der Raum ist. Der Athlete will in seiner eigenen Blond gut formen, weil es seit vielen Reine dauern. Ja, deswegen stricke ich mir auch gut. Ich hoffe, ich kann ihn mal gut formen, mal aufs Podium formen. Der Titel ist logisch, er ist im Weiterweg. Der Athlete ist schon da und es darf nicht gehen. Aber ich habe gesagt, ich bin gut drauf. Ich bin gut in Form. Heißt noch, verspiele ich noch nicht. Ein paar Wochen müsste es noch so weitergehen. Dankeschön. Dankeschön. Dann. Dankeschön.